Wo sind meine Zwillinge? Oh, nein, geh weg! Ach, da sind sie. So, kann ich irgendwie den, ja doch, hier, Team, Inventar, wichtiges, äh, noch zwei habe ich davon, kann ich das irgendwie... Ja, nicht irgendwie ausschalten, oder? Ja gut, dann, ähm, tut mir leid, ihr schwebt mir zu viel um die Birne rum. So, äh, so, dann mache ich hier erstmal eine Holztruhe provisorisch hin. Wieso? Achso, ich muss die ja noch bauen. So, kann ich das erstmal da reinlegen. Dann, dann verklicke ich mich 10.000 Mal, das ist gut. Hm, ein Besucher scheint sich da im Lager zu nähern. Ja, welchem Lager? Mache ich das? Ja. Ja. Ich habe nicht genügend Material. Äh, ich habe auch bestimmt nicht genug Material, um das da zu machen. Nee. Kacke. Oh, ich habe jetzt keinen Bock zurückzugehen und einen Stein zu holen. Ich mache das mal eben selbst. So. Und schon überladen. Nein, 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 nein. Ich meine einfach nicht mehr springen kann. So. Huch. Ich würde sagen provisorisch. Ich würde das gerne... Hm. Wo war ich denn jetzt da? So. Dann würde ich das Ganze hier so hinnehmen. Oder? Ja doch. Ich glaube, das lasse ich dann auch so. Wenn ich es jetzt gerade hinkriege. Hm. Ja, hoffen wir mal. Was dann? Ach, Kacke. Hier, arbeite mal. Äh, wenn er mir noch zu arbeiten, der kann nicht arbeiten. Was ist mit dem? Hehe. Riesenfuack. Was für ein Fuack. Braucht ihr noch Hilfe? Ja. Kann ich jetzt mal mithelfen? Ja. So. Dann habe ich doch irgendwo noch... Ein... Hatte ich nicht irgendwo noch ein Schweinchen? Ich hätte gern nur einen, der sich da bedient. Nur einer, der hackt. Hackepeter. Ja, toll. Ja. Ja, aber Bergmann. Ja gut, dann haue ich dich erst mal hier rein. Ich haue dich beide erst mal hier rein. Oh, ein bisschen Abwechslung. Äh, du, du, du. Nee. Holz. Ja, er sollte eigentlich nicht... Mach mal. Ich schaff's nicht vorzudrücken. Tragen. Du! Riesen-A-Skorklar hier. Geh arbeiten. Die ist falsch umgebaut? Ne, oder? Ach come on. Ja, das kann man leider nicht so stehen lassen. Jetzt bin ich überladen. Oh, Mann. Nein, der Stein ist noch am Weg. Ah, das ist doch... das gibt's doch nicht. So, jetzt aber. Ist das... ja, noch ein bisschen, so. So. Ja, ihr kriegt irgendwann noch Betten. Könnt ihr nicht bauen? Habt ihr kein Handwerk? Ne, habt ihr nicht. Ihr baut mal schnell. So. Ja, ich komm halt von hier aus nicht... Ne, nicht sortieren, ein bisschen nicht sortieren. Ich kann halt das Schweinchen von drüben jetzt nicht hierher holen. Da muss ich halt jetzt, äh... ja... Verknick dich doch noch mehr. So. Geht's wieder weg. Weg. Ich würd sagen, dann... Lager ich die hier wieder ein. Hol das Schweinchen von drüben. Ich brauche noch ein Schweinchen. Äh... Ich bräuchte noch ein Schweinchen, ja. Dann mach ich den Skoglerverschnitt. Mach ich dann hier rein, damit er abbauen kann. Obwohl hier eigentlich genug abgebaut wird. So, brauche ich sonst noch was? Noch nicht, gell. So. Ich bau drüben erstmal Stein. So. Weil der baut nur Stein ab. Der ist nur damit beschäftigt. Und damit ich nicht so weit... Nein. Wenn ich nicht so weit gehen muss, baue ich hier... Die Kistchen. So. Dann... Schäfchen. Transport. Beide. Handwerk. Ja. So. Dann... Schäfchen. Aber mit einem kleinen mit Handwerk. Er macht auch alles. Ich weiß, Betten muss ich bauen. Schäfchen. Und Futtertrübe. Und Futtertrübe. Schweini. Gönnt sich eine Pause. Schäfchen. Schäfchen. Äh... Gut. Betten... Ach komm, ich... Ich schmeiß die mal... Wenn ich genug Materialien hab. Zwei provisorische Betten. Holz hab ich nicht mehr. Fasern und Holz. Schäfchen. 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 Ich bin immer wieder hungrig. So. Dann... Ein provisorisches Bett. Noch ein provisorisches Bett. War ja klar, dass ich kein Bett kriege. Nett ist denn das. So. Dann... Ein Futtertok. Ja. Weil er grad nicht hochkommt. Oh Mann. Die ästliche Kiste machen wir wieder weg. So. So fertig. Hast du gut gemacht. Lammball. Freizeit. Ja. Hast du dir verdient. Hat grad nichts zu fressen für die. Aber hier ist es auch ein bisschen karg. Aber hier ist es auch ein bisschen karg. Diese Geräuschkulisse manchmal. Also Holz hab ich hier genug. Da leuchtet was. Ah. Pilze. Zwei müssen erstmal reichen. Und... Braucht ein Stahlschuss. Ja. Braucht ein Stahlschuss. Okay. Ich hab das Rezept für Federhaarschmuck. Ei. Kann ich das irgendwie lernen oder so? Nicht? Okay. Kann ich das irgendwie lernen oder so? So mal da. Depresso. Huch. Den wollte ich gar nicht erwischen. Den wollte ich nicht töten. Den will ich auch nicht erwischen. Wenn ich noch eine Wolle hätte, dann könnte ich mir ein Bett machen. Wer ist das denn? Fahrender Händler. Jetzt wieder eilig. Halt! Fahrender Händler. Hast du Wolle? Komm, wir kaufen mal. Zwei. Damit ich mir ein Bett machen kann. Kann ich was verkaufen? Ja komm, dieses Fleisch hier. Ja. So. Dankeschön. Firma dankt. Schaf schläft. Das schläft. Das schläft. Schläft ein bisschen unruhig, hm? Kann ich dich aufheben? Ich kann den nicht aufheben. Aber... Aber... Ich kann den... So. So. Ja, so sieht's doch schon besser aus. Und der ist nachtaktiv, deswegen arbeitet der. So. So. Machen wir jetzt mal Pilze rein. Bisschen Brot. So. Ich wollte mir ein Bett bauen. Äh... Bett. Da. Holz. Ein Holz. Liegt hier noch ein Holz rum? Jawohl. Jawohl. Alle. Dann haben wir hier erstmal eine provisorische Base. Ah. Dankeschön, Depressor. Dann kann ich nämlich nicht ins Bett gehen. So. So. Dann geht's. Um ein Bett nutzen zu können, muss es überdacht sein. Natürlich. Kann ich hier einfach so... Moment. Kann ich... Kann ich ein bisschen tricksen? Geht das? Jawohl. Eine Wand und ein Dach.